Gut und Willkommen zurück. Willkommen zurück bei Pokémon Rubin-Saphir mit Troy-Ed. Genau da sind wir. Wir hatten letzte Folge haben sich zwei Pokémon entwickelt von uns. Wir haben die spannende Entwicklungsgeschichte unseres Mupsis und unseres Crank... Ne, wer ist dein Viech? Tenma. Tenma erlebt. Und dabei haben wir Darwins Theorie komplett in den Arsch gefickt. Um es mal so salopp zu sagen. Und 51 bis 66, ne? Ja, das ist richtig. Sehr schön. Ich kann Mathe, so ein bisschen. Sollte man meinen, ja. Ja, und danach... Eine Stunde sechs. Ja, eine Stunde. Die 66. 66 Minuten. Auf jeden Fall danach würde ich sagen, wir schneiden das dann einmal komplett, damit nicht die Aufnahme so lange läuft. Weil ich glaube, das macht den PC langsamer, wenn der so lange große Dateien hat. Okay. Also eine Stunde sechs. Wir sind in der letzten Aufnahme an einem Stück im Moment. Genau. Wir machen hier so fett Marathon-mäßig fast. Dann haben wir vier Folgen, richtig? Ja. Sehr schön. Dann nehmen wir noch zwei, drei auf. Eine mit Überlänge. Ja, genau. Eine mit Überlänge. Nehmen wir noch zwei, drei auf und danach machen wir dann Minecraft. Das musst du gar nicht sagen, das sieht man ja dann. Ja, genau. Ihr seht es dann. Aber wir machen hier einfach mal so Team-Bespreche mit drin. Ich glaube, das ist richtig. Worüber sollen wir reden? Ich zerstöre gerade kleinen Steins mit Samen. Du verspuckst Steine mit Samenkörnern. Und das ist noch effektiv. Ja, ich besame quasi Steine. Oh, du bist so geöffnet. Danke. So werden die übrigens zu Geodude. Geodude? Was heißt das? Er ist ein Mann geworden, verstehst du? Ach so. Weil das vom Männlich ist. Deswegen hat es auch keine Geschlechtsorgane. Ja, das stimmt. Weil das schon ein bisschen. Wir haben hier nichts gegen irgendwen. Jedenfalls nichts Effektives. Es gibt die Attacke Geheimpower. Damit kann man an solchen Stellen oder an bestimmten Bäumen sich eine Geheimbasis bauen. Ja. Die Attacke kann man auch kaufen später. Ja, das können wir ja mal irgendwie so gegen Ende demonstrieren, wie das aussieht. Ja, dann gibt es noch Puppen oder Teppiche und solche Sachen, wie man kaufen kann und sich dann ins Haus setzen. Und diese Geheimbasis setzen kann. Ja. Das ist dann voll cool. Dann hat man so das eingerichtete Zuhause. Genau. Ich vergesse immer, wo meine Geheimbasis ist also. Ja. So, ich habe jetzt übrigens hier jetzt die Kämpfe abgeschlossen. Ich habe Morabbel, deswegen gehe ich jetzt in die Arena. Ich habe noch kein Jungblut, aber ich hoffe mal, dass ich hier noch eins kriege. Ein Flurm. So ist mein Lehrer an der Grundschule. Ich ist Herr Jungblut. B. Ja, ich weiß. Die kenne ich. Ja, und dann... Ah, den Kader für Blitz. Sehr schön. Dann kam halt das Spiel zu der Zeit raus, wo halt mein Lehrer war und dann habe ich ihn immer Herr Jungblut genannt. Ich glaube, ich lasse Blitz, weil wir werden zusammen in die Hürde gehen, dann kann ich bei dir abgucken. Kannst du bei mir abgucken. Ja, mach ruhig. So, Pokéball, flieg und sieg. Wolltest du dir eigentlich gucken? Ne, ich will ja nicht. Das eine, das ich gerade gedacht habe. Kannst du ja ruhig sagen, wenn ich mich nicht hole. Macho Mai. Ja, stimmt. Ja, Macho Mai hatte ich ja schon, als wir privat Feuerrot und Blöck grün gespielt haben. Genau, ich dachte gerade dran. Übrigens, so sind wir auf die Idee mit dem Let's Play gekommen, dass wir einfach privat gespielt haben und dann so... Ja, lass es mal machen. Genau. Ich habe jetzt vergessen, wir haben vergessen, Felicia vorzulesen. Egal. Egal, dann mache ich dann, wenn ich bei ihr bin. Das ist richtig. Sie hat einen kleinen Stern Level 14 und ich glaube, auf Level 16 einen Nas näht. Das ist voll nasig. Das ist total scheiße, hässlich. Ja, die Vorentwicklung ist aber cool. Vorentwicklung? Nein, nein, die Entwicklung davon. Das hat nämlich einen dicken Fett-Schnurrbart. Ja, stimmt. Und Level 17. Äh. Naskin, sag ich doch. Ein Magnet und eine Nase. Eine Nase wie ein Magnet ist. Uh, Kreti war da. Das sieht aus wie die Osterinselstaaten. Ja, stimmt. Osterinselköpfen. Mein Gott. Wow, das fällt aber viel aus. Entwickel dich doch, Jungblut. Oh, geil, das macht eigentlich gar keinen Schaden. Ja. Senkt die Initiative, das ist so schlecht. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch mit Tenna allein die Arena schaffen, aber... Wow, aber das ist unbesiegbar in dieser Arena. Ja, mein Flam lieb ich so. Oh, es ist übrigens nur Level 15. Und hier sieht man, dass die Arenaleiter unterschiedlich levelige Pokémon haben. Und unterschiedliche Pokémon. Ja. Weil der Steinstein war Level 14 und das Naskin ist Level 15. Uh, was besonderes. Ist es wirklich? Sie ist schon eine Arenaleiterin, das reicht schon. Ja. Aber warum sind die Arenaleiter eigentlich nicht alle gleich? Sie hat übrigens zwei Tränke, wie man gerade sieht. Ja. Die Penner-Tante. 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 Ich habe das gesagt und nehme es auch nicht zurück. So, ich speichere vor der Arena nur zur Not, weil ich habe nämlich noch keinen Jungblut. Weil es ist dann ein Doppelkick, wenn es sich entwickelt und damit ist die Arena Kuchen. Aber ich hoffe mal, dass mein Team so reicht. Boah, cool. Ich habe Kummer. Geht gern geschehen. Ich habe Felicia besucht. So, ich habe verloren. Ne, jetzt lesen wir bei dir das hier dann jetzt. Bla. So. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von MetaRoss City. Ich wurde Arenaleiterin um ein Wissen, das ich der Pokémon Trainer Schule erworben habe umzusetzen. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst und mit welchen Pokémon? Und jetzt epische Musik. Wow, Déjà-vu. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Komisch. So. Hey, so ein Zufall. Das ist auch ein Kleinstein. Ne, so Dinge gibt es, die gibt es gar nicht. Das Feld kam eigentlich eine gute Attacke. Ja. Die bekommt man übrigens. Ja. Von hier. Man kriegt ja von jedem... Oh Gott. Man bekommt von jedem Arenaleiter immer eine TM geschenkt. So, mal hoffen, das reicht. Das ist meistens die Attacke, die sie benutzt haben, ist da. Ja. Das können alle Pokémon, glaube ich, immer. Oh verdammt, ich habe jetzt gerade das Event so aktiviert. Ey, geh aus dem Weg. Warte, warte doch, bitte. Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen. Äh, das ist der gleiche Typ wie aus dem Blütenburg-Wald. Ja. Hier ist die Devon Corp. Das war halt ein Mitarbeiter von der... Aber da gehen wir erst rein, wenn wir das da oben erledigt haben. Warum benutzt ich nicht Wachstum und mich einfach zum Overpower an? Das ist doch nicht... Weil du dumm bist oder so? Ja. Du weißt doch, dass du dumm bist. Ja, stimmt. Vergesse ich mal dafür, weil ich halt dumm bin. Richtig. Äh, da ich jetzt das Scheidern benutzen kann... Wobei, ich kann das auf den Weg machen, wenn wir zum Schiff gehen, ne? Ja, das stimmt. Weil, dann lasse ich das jetzt im Speichzahn. Ah, das ist ja... Sie... 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 Ihnen... Stimmt, es ist ein weibliches Viech. Das hat verfehlt. Äh... Wollen wir... Warst du hier oben schon? Nee. Das musst du auch noch machen. Da geht's zum Verkauf, glaube ich. Ja. Ah, ich mach nichts immer weiter. Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der mir in Hütenburg geholfen hat. Hilf mir, das Team Aqua hat mich ausgeraubt. Auf dich voll zu heilen. Ich muss die Devon-Wahn zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Ja. Dein Gesicht. Äh, das Schöne ist, ich habe die Trainer hier schon gesucht, deswegen kann ich mir die jetzt sparen. Und hier oben gibt es auch noch ein paar Sachen, da kann ich das auch nicht nehmen. Stimmt. Kannst du dann gleich mit der Zerschneider holen. Ein Schwalbini. Schweinebacke. Schweinebacke. Aber das ist unter meiner Würde. Weißt du, das tut mir jetzt nicht an. Einfach ignorieren. Ah gut, ich habe sie auch geschafft. Das geschafft, sehr schön. Lanas ist voll gut, ey. Ja, voll cool. Der Junge. Ey, guck mal da so ein alter Mann. Oh, was mache ich nur? Peco und ich waren auf einem Spaziergang und da kam so ein Schneider-Typ. Der schon hat mir meinen Peco geflaut. Oh, Peco. So, ich habe verloren. Es scheint, als muss ich noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Die Regeln der Poconiga schreiben vor, dass ein Trainer, der ja eine Rennlin-Latte besiegt haben, dieses hier erhalten. Bitte übernimm den offiziellen Poconiga-Stein-Orden an. Steine. Ja. Treue hat den Stein-Orden von Felizia erhalten. Und auch was sagen. Hier in der Höhle gibt es nur Flumin, glaube ich. Ja. Und der Stein und die Attacken aller Pocon. Außerdem ist der Schneider jetzt außerhalb des Ganzen benutzbar. Und für Klientier 39 Steingrab habe ich schon geklärt. Felsbrauch, aber egal. Meine ich doch. Ähm, ja. Ne, ich hasse Flumin. Die sind total hässlich. Das sind die neuen Pommeluchs. Ja, irgendwie schon, ne? Aber die sind total hässlich. Die sind aber genauso nervig. Boah. Nur, dass das Viech andere aufweckt, anstatt sie einzuschläfern. So, hier ist das bei mir wieder ein Macken-Typ. Die sehen voll scheiße aus mit ihrer Kapuze. Ich finde die viel cooler. Ne, ich finde Macken-Aqua besser. Du wolltest Homo-Piraten sein. Was? Du willst gegen uns antreten? Na, dann hol dir eine Tracht-Bugel. Äh, der geht einen Schritt zurück. Das ist ganz schön dann, wenn man das nicht kennt, dann hat man noch Zeit sich heilen zu gehen oder so. Aber... Was ich nämlich jetzt mache. Wir sind overpowered, das muss nicht sein. Vielleicht solltest du den Shrubini mal trainieren. Grrrr, man sollte sie alle Kiel holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesen Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey, du! Forderst du mich etwa heraus? Der hat übrigens gar nicht gegraben. Ne, ja. Das hat ein anderer gemacht. Der Typ vor der Hütte, vor der Höhle, der hat den Tunnel gegraben. Zu seiner Liebsten zu kommen. Ja. Voll süß. Äh, warum soll ich Shrubini trainieren? Ähm, weil... Das ist, weil dein Moka Level Level 17 ist und das Shrubini Level 11. Ja, und? Auf meinem privaten Spielstand ist mein Mutti Level 25 und meinen anderen Pokémon gibt es noch gar nicht mehr. Na gut, wie du meinst. Ich mache das immer so, dass ich die Pokémon immer zwei Level trainiere und dann austausche. Ne, bin ich nicht. Das ist bei mir so Standard. Das ist einfach nicht fair. Fair. Der Boss... Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Er heißt, äh... Ben. Oder Jerry. Okay. Alles, was ich zu tun hatte, war ein Paket von Devin zu stehen. Seh. Wenn du es so dringend wiederhaben willst, dann nimm es halt. Devin war nach Halt. Äh, Ben und Jerrys ist das Eis. Ja, ich weiß. Ich weiß, das ist Eis. Ha! Witziger Typ. So, hier ist auch der Opa bei mir. Ich versuche Kiel aufzuholen. Ich versuche Kiel aufzuholen. Komm, Piko, ich soll es uns auf den Heimweg machen. Piu! Äh, das ist gut, dass du nicht liest, das hat mir gerade. Ja, nur ich habe vorher gerade geguckt, der sagt, auch Kiel holen. Eigentlich müsste das nur wohl Akfeder nur Sinn machen. Aber macht das auch keinen Sinn, jemanden Kiel zu holen. Eigentlich ja. In die Erde stampfen, was? Ja. Äh, der Typ hat die Hilfe blockiert jetzt nicht mehr. Das zeigt eigentlich, dass sie deine Version zuerst entwickelt haben. So, ich weiß, ich weiß, wie mein Crank. Metaflur Tunnel. Genau. Metaflur und Wiesenflur, deswegen heißt er so. Das sind die beiden Städte, die verbunden sind. Äh, ich verstehe jetzt nicht, warum die Hütte verbrakiert ist. Weil es gibt ja nichts, was interessant hier ist. Ja, keine Ahnung. Das ist halt logisch. Damit man erst erfährt, was das mit dem Tunnel auf sich hat oder so. Genau. Hey, Crank entwickelt sich. Jungblut, nicht mehr ganz so hässlich. Ja. Nein, Flamny ist süß. Geht. Tropi ist süß. Aber über Logok geht eh nichts rüber. Logok ist das coolste Feuerpokon vor allem. Äh, ich glaube, das hier ist einer der Bäume, die man nutzen könnte für, oder? Nee. Keinen Power, nee? Okay. Die sind ein bisschen anders. Die sind so breiter und schmaler. Äh, ich mach erstmal die Kämpfe hier. Ja. Mach ich dann auch vielleicht. Er ist aus der Trainerschule. Und jetzt will er was ausprobieren. Verlieren will er ausprobieren als erstes. Ja. Das ist ganz interessant. So, Doppelkick. Energiefokus. 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 Bitte Energiefokus. Er hat so. Nachname Bloom. Ich würde sagen, ja. Kann ich jetzt machen. Bei mir sind beide 16. Auch das hier noch ein Item. Dann dürfen sie schon Alkohol trinken. In Deutschland jedenfalls. Ach ne, in Amerika auch. Und in... 21. 16. 16 Waffen. Ne, äh... Autofahren, ne? Autofahren und Roller und so. Total dämlich. Ja. Naja, aber insofern schon gut, weil die dann nicht betrunken Autofahren. Ja. Äh... Nicht egal. Nicht wie bei uns. Aber bei uns ist trotzdem besser. Ja. Noch ein bisschen. So, ich... So, ich... So, ich... So, das Traurige ist Doppelkick ist besser als Clout. Kannst du wie im Kampf austauschen? Ja. Äh, ist leck. Ne, ich dachte immer nur, wenn du uns genügig ist. Ne. Boah, das wusste ich nicht. Ich glaube auch schon seit dem ersten Proton-Spiel. Echt jetzt? Ja. Unglaublich. In der ersten drin hast du das nur so. Man lernt doch immer neu. Ja, da musst du gar nicht erst reingehen, die Bütte. Ja genau, ich habe natürlich noch niemanden mit Zerschneider beigebracht. Ja, wir haben hier noch niemanden. Wir machen einfach mal den Kader, weil Zigzag es gibt noch genug VMs. Es gibt glaube ich, egal, sich freuen da nicht alle VMs hier. Ich mache jetzt noch die letzte Trainerin hier oben und dann gehe ich zurück. Oh, siehst du auch aus der Trainerschule. Ich glaube, da sollte man noch hingehen. Ja, ach so, ja. Machen wir gleich. Oh, perfekt, die hat einen Knilz. Ich habe ein Gefühl, oh ey. Die machen, wie siehst du denn in St. Pauli Tanzmusik? Klingt ganz nett. Pauli Tanzmusik, okay. Ja. Fußball und so. Ja. Yeah, Level 12. Geburtstag Nummer 12. Zwölfter Geburtstag. Flurmel. Super. Ich müsste bald Flügelschlag bekommen. Hoffentlich mal. Ich glaube, es wird zum oder so. Ja, aber es kommt hin. Yeah, es ist aber richtig. Pfund, ich dürfte ein Pfund Hackfleisch haben. Ich hoffe, es ist ein Pfund Fleisch. Ja. Jawohl, ja. Vielleicht auch ein englischer Pfund. Also Geld. Pound. Heißt ja auch Pound auf Englisch. Ja, ich weiß. So, ich habe es geschafft. So, ich drehe Flumme in die Fresse. Oh, zweimal. Ne, nur einmal. Das ist nach einmal schon gut. Ach so, scheiße, jetzt kommt ja die Aktion hier. Ah, stimmt. Und? Wie sieht es aus? Die Dämpfer. Du hast es geschafft. Du hast ihn zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß. Ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Warum nicht deinen Meisterball? Ich will einen Meisterball, damit ich mir einen Zickzack damit fangen kann. Bitte entschuldige. Würdest du mir bitte folgen? Er sagt zweimal bitte. Dies ist die zweite Etage der Kooperation. Ich würde sagen, wir machen ja eine Pause, ne? Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nichts sagen, wie dankbar ich hier für den Tat bin. Ähm, ähm, das Paket. Darf ich? Ich bitte es zur Wirft von Graphipop. Es ist irre fürchterlich, wenn... Blablabla. Äh, kann ich wieder mit dir rechnen? Ach, da fällt mal ein. Hattest du noch? Nein, entschuldige. Ich will das noch kurz beenden hier. Okay. Äh, ja. Das hat jetzt nicht gewusst. Das ist scheiße hier. Der Typ nervt. Er ist irgendwie ein bisschen behindert. Ich denke... Ich glaube, er denkt, ich bin seine Kussi, weil er mir immer Sachen schenkt. Ich bin Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Ohne Vorname übrigens. Ich muss mit dir etwas besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Kleine geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dir gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich kenne keine normalen Leute anscheinend. Nee. Und auch keine Kurierdienste. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Graphipop in City bringen willst. Von Wilds kann es keine Rede sein. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Forstorhafen City halt... ... und Troy in Forstorhafen einen Brief von mir bringen? Ah, ich krieg Post! Nicht du! Oh! Nicht Werber Post! Nun, du solltest wissen, dass ich ein eifersreicher Präsident bin. Und daher würde ich dich mir um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir das hier geben. Pokémon. Ja, das war das Gadget, vor dem ich in zwei Parts oder so... Dieses Gerät ist ein Pokémon-Navigator oder kurz Pokémon. Ein unentfährliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Höhen. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Orte Faustorhafen und Graphipop City liegen. Das wäre witzig, wenn sie mal die falsche Karte eingebaut hätten. Von Kanto oder so. Ja. Okay, dann machen wir hier Schluss für heute. Oder für... Ja. Für heute. Warte, ich will noch rausgehen. Hier ist das Labor, da kann man dann später auch noch was machen. Kommt später. Ja. Aber erst ganz später. Also wohl? Ganz, ganz, ganz viel später. Und nach dem vierten Orten. Egal. Ja. Speichern. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Rubin Saphir. Mit Troi-Ed. Ja. Auf... Oh, ich hab mehr Zeit als du. Scheiße. Ja, womit das geht. Naja. Auf Wiedersehen. Tschüss mit Ös.